Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UfoTV News. Diesmal mit folgenden Themen. Panik auf der Titanic? Von der großen Disclosure-Nervosität. Implant-Update? Neues über das herausoperierte Ding aus Elisondors Buch. Sarah Gamm auf Tour. Die neue Whistleblowerin zeigt Flagge. Ufos und der US-Wahlkampf. Interessantes von der Nebenfront. Disclosure Day. Ein Feiertag mit Höhen und Tiefen. Wer sich gelegentlich im Ufo-Twitter-X-Raum aufhält und vor allem im Ufo-YouTube-Raum, dem werden die immer häufiger auftauchenden, sensationellen Postings nicht entgangen sein. Mit den aktuellen Highlights Ufo-Absturz bei Washington, Drohnenüberflüge über US-Militärbasen, immer noch James-Webb-Space-Teleskop und Signale aus dem All. Fast so zahlreich wie diese Sensationsvideos sind auch die Videos, die die angeblichen Sensationen entkräften. Sinnvoller, aber auch eine Art Clickbait für sich. Das habe auch ich auf diesem Kanal bereits ein paar Mal getan, also Blödsinn entkräften, und möchte das jetzt noch einmal tun. Ich habe am Wochenende sogar zu meiner Herangehensweise an virale Sensationsmeldungen einen kurzen Kommentar im Community-Bereich dieses Kanals verfasst. Jeder, der ihn abonniert hat, kann das gerne selbst nachlesen. Nun aber zu den Themen selbst. Erstens Drohnenüberflüge über US-Militärbasen. Dieses Thema ist in den letzten zwei Wochen extrem explodiert, nicht nur auf einschlägigen YouTube-Kanälen, sondern auch in ganz regulären Zeitungen weltweit. Ich habe, ehrlich gesagt, keine Erklärung dafür. Die beschriebenen Drohnenüberflüge, wenn es sich denn um Drohnen gehandelt hat, geschahen im letzten Dezember. Damals haben bereits einige Medien berichtet. Und seitdem haben sich immer wieder diverse YouTube-Kanäle dem Thema angenommen, von Ross Calthard bis Matt Ford. Ja, auch dieser Kanal hat darüber berichtet. Und an der Sachlage hat sich seit damals nicht viel geändert. Okay, wir wissen jetzt aus den neuen Berichten, dass damals auch hochrangige Militärs involviert waren und keine Lösung für das Rätsel hatten. In den Artikeln wird auch beschrieben, warum Drohnen angeblich nicht abgeschossen wurden, nämlich aufgrund der unmittelbaren Nähe des Luftwaffenstützpunkts zu zivil bewohntem Gebiet. Wir haben auch ein paar neue Ungereimtheiten erfahren, etwa, dass manche dieser Drohnen angeblich so groß wie ein Auto waren und somit sicher nicht von Privatpersonen geflogen wurden. Und noch ein paar Details und Beobachtungen einzelner Personen. Aber keine neuen Videos, keine neuen Erkenntnisse. Nur ein paar neue Spekulationen, etwa über ein theoretisches Mutterschiff, was immer man sich darunter vorstellen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, denkt man hier an eine große Drohne, also ein unbemanntes Flugzeug, aus der die kleinen Drohnen aus- und wieder eingeschleust wurden. Möglich. Aber was damals wirklich geschah und was die Dinger wirklich waren, wird dennoch nicht klar. Feindliche Nationen? Oder doch unsere Freunde von außerhalb? Wer weiß. Seltsam daran ist vor allem zweierlei. Zum einen, dass dieses Thema jetzt ohne irgendeinen erkennbaren äußeren Anlass wieder so groß aufgepoppt ist, richtig geboomt ist. Und zum anderen, dass alle Medien in ihren Schlagzeilen so darüber berichtet haben, als hätte es sich gerade eben ereignet. Nur nach genauerem Hinsehen findet man heraus, dass die ganze Sache schon im letzten Jahr passiert ist. Nun gut, wie auch immer. Dieses war der erste Hype und der zweite folgt zugleich. Also, nein, das James-Webb-Teleskop hat noch immer keine Aliens oder Raumschiffe gefunden. Und es hat auch ganz sicher keine Videos davon gemacht, weil das Teleskop gar nicht so funktioniert. Die Fülle an Schwachsinn in diesem Bereich ist wirklich erstaunlich. Und auch wie viele andere Kanäle sich immer wieder darauf stürzen und die Sache auf die eine oder andere Weise aufblasen. Ich möchte mich hier nicht wiederholen. Dieses Thema habe ich ja bereits einmal abgearbeitet. Link dazu, wie zu allen anderen Videos in der Beschreibung. Aber was ist denn dann mit diesen geheimnisvollen Signalen von Proxima Centauri? Und dass SETI oder ESA oder irgendwer anderer garantiert in den nächsten Tagen das Empfangen einer definitiv echten außerirdischen Technosignatur bekannt geben werden? Sogar seriöse technische oder wissenschaftliche Kanäle wie The Angry Astronaut oder Sabine Hossenfelder sind darauf eingegangen. Allerdings, wenn man alle Berichte wo auch immer genau durchforstet, kommt man jedes Mal wieder auf denselben Kern. Eine englische Boulevardzeitung hat darüber Gerüchte gestreut, basierend auf Informationen des Filmemachers Simon Holland. Ja, ich sage bewusst Simon Holland und nicht Professor Simon Holland, weil er kein Professor ist. Professor ist sein Spitzname. Auch wenn das die meisten Medien entweder nicht zu wissen scheinen oder es ignorieren. Holland hat sehr ähnliche Behauptungen bereits in den letzten Monaten immer wieder gemacht. Und einmal habe ich sogar darüber berichtet. Aber es gibt keine, ich wiederhole, keine unabhängige Quelle, die irgendetwas davon bestätigt. Und auch die von ihm geleakten Signale, die angeblich auf eine Technosignatur hinweisen, sind, soweit ich sehen kann, dieselben Signale, die schon vor ein paar Jahren aufgefangen wurden. Und damals mit großer Wahrscheinlichkeit als irdische Störstrahlung enttarnt wurden. Sollte mir etwas entgangen sein, werde ich natürlich darüber berichten und mich auch gerne entschuldigen. Aber bisher sehe ich nicht wirklich irgendetwas Greifbares. Übrigens bin ich sehr wohl der Meinung, dass entweder CT oder andere Himmelslauscher früher oder später und vielleicht sogar sehr bald Alien-Signale auffangen werden. Aber der aktuelle Hype ist ziemlich sicher nur genau das. Ein aktueller Hype. Egal, wer darüber bunte KI-Cover und gigantische Clickbait-Schlagzeilen verbreitet. Das Ganze erinnert mich an den Trubel vor ein paar Monaten, als die ebenfalls alte News, über die ich aktuell bereits berichtet hatte, als sie erstmals bekannt wurde, nämlich, dass die amerikanischen Polizeichefs ein UFO-Guidebook herausgegeben haben, plötzlich nachträglich Schlagzeilen gemacht hat und zur großen Alien-Warnung an alle US-Polizisten hochstilisiert wurde. Was überhaupt nicht stimmt. Oder die angeblichen Dutzenden, wenn nicht Hunderten, kalifornischen Sichtungen vor ein paar Wochen. Mit Video. Das tatsächlich eine Pokémon-Lichtshow in Hawaii zeigt. Tja. Zuletzt zu dem angeblichen UFO-Crash in der Nähe von Washington vor einer Woche. Der hat überhaupt die buntesten und grellsten Überschriften der aufgeregtesten Aufregerkanäle dominiert. Mit garantiert echten Fotos und garantiert echten Videos. Soviel ich weiß, gibt es dazu nur vier Quellen. Erstens ein Mann, der in sein Handy spricht und berichtet, dass er etwas Seltsames am Himmel gesehen hat und dass die Straßen abgesperrt wurden. Zweitens ein Video mit mehreren Lichtpunkten, die eine Stadt überfliegen und Rauch hinterlassen. Drittens ein Foto eines hellleuchtenden Objekts, das scheinbar abstürzt. Viertens ein weiteres Video eines Mannes, der in der Nähe des US-Kapitals herum geht und ein großes Polizeiaufgebot an Autos filmt. Der Rainer. Was der erste Mann mit dem Handy gesehen hat und ob er wirklich etwas gesehen hat, weiß ich nicht. Jedenfalls hat niemand sonst, weder Medien noch andere Personen, online oder sonst wo über großräumige Absperrungen berichtet. Das Video mit den fliegenden Lichtpunkten wurde bereits recht früh als ein ganz anderes und altes Video entlarvt, das einfach eine Fliegerstaffel anlässlich eines Football-Spiels Anfang des Jahres zeigt. Und die vielen Polizeiautos waren in Washington offenbar wegen eines Großereignisses am nächsten Tag. Ich glaube ein Straßenlauf oder so ähnlich. Nur über den Ursprung des Bildes mit dem hellen und möglicherweise abstürzenden Objekt kann ich nichts mit Sicherheit sagen. Tatsache ist aber, dass all diese Dinge sowieso nicht wirklich zusammenpassen und kein logisches Gesamtbild ergeben. Wenn etwas daran gewesen wäre und sei es nur die Sache mit den Absperrungen, hätte garantiert noch irgendjemand anderer darüber berichtet. Und nein, ich glaube hier nicht an eine großflächige Vertuschung. Überhaupt stürzen Ufos eher nicht mit Feuer und Rauch ab, da sie, soweit wir wissen, gar nichts Entflammbares an Bord haben. Trotzdem ein Fest für aufreger Medien und Medienmacher, die sofort, es brennt, es brennt schreien, nur weil irgendjemand irgendwo ein Zündholz anzündet. Wirklich Leute, wenn etwas mit Substanz passieren würde, gäbe es mehr und bessere Quellen dazu. Und wäre das der Fall, würde ich sofort Breaking News dazu machen. Allerdings zeigt das Ganze für mich doch etwas Interessantes, darunterliegendes. Es herrscht derzeit eine große Nervosität. Denn es gibt tatsächlich regelmäßig spannende Enthüllungen und Disclosure News. Und einiges steht uns ja noch bevor. Wer diesen Kanal regelmäßig verfolgt, weiß genau, wovon ich rede. Es gibt echte Sensationen, auch wenn sich die eher in den Kammern des amerikanischen Parlaments abspielen oder in Form von neuen Dokumentarserien. Vielleicht springen ja viele einfach deshalb auf diese ganzen Sensationen auf, weil es spürbar ist, dass da jetzt tatsächlich etwas kommen könnte. Oder Desinformationsagenten streuen diese Dinge aus, um die wirklich interessanten Dinge zu untergraben. Oder beides. Wie gesagt, sollte sich in dem einen oder anderen Fall noch etwas tun, ich werde berichten. Ansonsten bleibe ich bei meiner Linie, die Dinge aufzuzeigen, die auf die eine oder andere Art belastbar oder nachweisbar sind. Wie sämtliche, nun nachfolgende Themen. Im Buch Imminent von Lou Elizondo gibt es viele spannende Dinge. Die meisten davon sind freilich nur Erzählungen und nur weniges kommt mit handfesten Beweisen daher. Eines davon war ein eigenartiges Implantat, das aus einem Veteranen herausoperiert wurde und von dem Elizondo ein Foto publiziert hat. Also jenes Implantat, das sich danach doch autonom in der Petrischale bewegt hat. Siehe das entsprechende Kapitel in seinem Buch und siehe auch meine Besprechung des Buches Kapitel für Kapitel in Nachspiel Nummer 8. Nun hat aber Patrick von Wetted dazu etwas völlig Neues online gestellt. Denn offenbar hatte sich der Besitzer dieses Implantats schon vor einiger Zeit an die UFO-Forschungsorganisation MUFON gewandt und die haben es weiter untersucht. Darüber unterhielt sich der Pressesprecher von MUFON Ron James mit Patrick und brachte auch Beweismaterial in Form von Videos mit. In dem einen ist die Stimme des Mannes zu hören, dem das Implantat herausoperiert wurde und der seine Geschichte erzählt. Offenbar hatte er es schon seit 30 oder 40 Jahren in sich herumgetragen und sich dann schließlich entschlossen, es doch herausnehmen zu lassen. Es wanderte dann zu MUFON, zur To the Stars Academy von Tom DeLong und zu Elizondo und kurz zur Stanford University. Dazu gibt es einen Interview-Clip mit Gary Nolan, der bestätigt, dass er dieses Implantat einmal per Post erhalten, aber gleich wieder zurückgeschickt hat, da keine schriftliche Erlaubnis zur Untersuchung von dessen Besitzer angefügt war. Hantieren mit chirurgisch aus dem Körper entfernten Dingen ohne Einwilligung der Ursprungsperson oder der Nachfahren wäre so Nolan nämlich gleich auf mehrere Arten strafbar. Außerdem aufwettet noch ein Video einer Forscherin möglicherweise von MUFON, die immerhin demonstriert, dass das Ding, das inzwischen deutlich brauner und nicht mehr so rosig aussieht wie auf dem alten Foto magnetisch ist. Diese Clips stammen wahrscheinlich aus dem neuen Dokumentarfilm von Ron James namens Accidental Truth Next oder es handelt sich um Outtakes, das habe ich nicht ganz verstanden. Jedenfalls kann sich jeder das alles näher auf Wettet selbst ansehen. Link in der Beschreibung. Irgendwie ist das Ganze trotz der neuen Informationen natürlich noch immer etwas unbefriedigend. Wir hätten alle am liebsten die Bescheinigung eines renommierten Labors, das sagt, ja, seltsames Ding, seltsame Materialien wahrscheinlich nicht irdisch. Haben wir aber nicht. Aber immerhin ist das für mich einer der besten dokumentierten Fälle eines dieser geheimnisvollen Implantate, der mir bekannt ist. Und vielleicht kommt da ja noch was. Warten wir es ab. Nachdem Matt Ford von der Good Trouble Show die ehemalige Mitarbeiterin der UAP Taskforce Sarah Gam vor einem Monat sozusagen aus dem Hut gezaubert hatte, blieb es zunächst ein wenig still um sie, also nach dem Video. Wer übrigens eine genauere Analyse dieses Gesprächs hören möchte, ich habe darüber ein längeres Video auf diesem Kanal gemacht. Link in der Beschreibung. Meine Vermutung zu ihrer Stille war, dass sie nicht unbedingt erpicht darauf war, noch viele weitere Interviews zu geben. Wie ich inzwischen gehört habe, ist dem auch so, aber zu dem einen oder anderen ließ es sich jetzt doch noch überreden. Da wäre zum einen ihr Besuch bei Reality Check. Das Gespräch mit Ross Calthard in seiner News Nation Sendung ergab zwar inhaltlich nicht viel mehr als das erste Interview, brachte sie und ihre Geschichte aber auf jeden Fall einem breiteren Publikum nahe. Interessanterweise betonte Calthard besonders die paranormalen Aspekte von Gems Geschichte, die sich ja selbst als Medium bezeichnet und nebenberuflich auch als solches tätig ist. Ob das der Sache gut tut? Meine Meinung dazu etwas später. Zuvor noch zu einem zweiten Interview auf dem Kanal Disclosure Team. Dieses Gespräch war in einiger Hinsicht aufschlussreicher, weil Sarah Gam darin neben ihrer Grundstory einiges klarstellte. Erstens ja, sie war Mitglied der Taskforce, hat aber nur von ihrem Computer aus zugearbeitet und niemanden von den Führungspersonen jemals persönlich kennengelernt. Zweitens, sie bestätigt in dem Gespräch die Existenz und Echtheit von ganz konkreten Videos, über die es schon lange Gerüchte gibt und dass sie sie selbst gesehen hat. Drittens, sie beschreibt genau, was sie dazu bewogen hat, manche Objekte als eindeutig nichtmenschlichen Ursprungs zu beurteilen. Viertens, sie stellt einen Irrtum klar. Bei Matt Ford sagte sie, dass sich das Jellyfish Video als eine marine Lebensform erwiesen hätte, erklärte aber jetzt, dass sie damals ein ganz anderes Video gemeint hätte. Allerdings scheint sie fünftens auszusagen, dass die Taskforce auch jenes Video von Corbella Knapp nach längerer Analyse als etwas Normales identifizieren konnte. Und sie wiederholt sechstens mehrfach ihre felsenfeste Überzeugung Wir sind nicht allein. Ich empfehle beide Videos mit ihr. Eigentlich alle, die es gibt. Denn sie kommt so erfrischend offen und ehrlich rüber, bei gleichzeitig so viel nachweisbaren Qualifikationen. Als mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftlerin, als ehemalige Mitarbeiterin des Pentagons und als aktuell Angestellte einer Sicherheitsfirma, für die sie nach wie vor im Pentagon nach wie vor mit hohen Freigaben tätig ist. Die Art, wie sie dabei über die Tatsache, dass sehr viele Leute innerhalb der Regierungsbehörden über UFOs Bescheid wissen, so ganz banal plaudert, und auch die Tatsache, dass sich niemand an ihren paranormalen Aktivitäten stört, sondern man sie eher als Plus ansieht, das alles macht ihre Aussagen so besonders. Denn solche offenen Gespräche und Aussagen nachweisbar glaubwürdiger Personen führen zu einer gewissen Normalisierung des UFO-Themas und auch des paranormalen Themas da ändert sich was in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Durchlässigkeit der Geheimnisse Denn so wie GEM das schildert muss es noch tausende ähnliche Personen mit einem ähnlichen Informationsstand wie sie selbst im Pentagon und in der Privatwirtschaft geben. Je mehr es Mainstream wird sich frei darüber zu äußern desto mehr Leute werden das tun und desto schwieriger wird es für die vermeintlichen Gatekeeper ihre Geheimnisse zu bewahren. Wie man sieht auch ohne sensationelle Alien-Signale ist die Zeit in der wir leben alles andere als langweilig. Donald Trump hat sich im Laufe des Wahlkampfs ja schon mehrfach zu UFOs und seinem UFO-Wissen geäußert und auch dazu dass er vorhat alle Informationen freizugeben sollte er gewählt werden. Nun letzteres bleibt abzuwarten. Er hatte ja auch 2015 schon angekündigt alles über die Ermordung von JFK also von Kennedy freizugeben und es dann doch nicht getan. Manche Leute hatten sogar vor ein paar Monaten noch gehofft dass die UFO-Thematik vielleicht ein großes Ding im aktuellen Wahlkampf in den USA werden könnte. Ich war da nicht so optimistisch und es ist auch nicht so gekommen. Ebenfalls nicht im Präsidentschaftswahlkampf selbst. Denn rund um diesen sind ja auch noch viele weitere Posten neu zu besetzen. Und so kam es zumindest im Regionalwahlkampf in Nevada zu einer UFO-Frage an die diskutierenden Kandidaten für den Senat. Und zwar von George Knapp. Kein großer Zufall, denn in Nevada ist Knapp eine bekannte Größe, nicht nur als UFO, sondern auch generell als investigativer Journalist. Seine Frage an die Kandidaten lautete Sind sie für mehr UFO-Transparenz und dafür, dass der Kongress seine eigenen internen Untersuchungen der Phänomene durchführt? Die Kandidaten antworteten darauf zwar ernsthaft, aber nur sehr kurz und eher halbherzig. Ja, es sei ein wichtiges Thema und ja, man müsse es im Auge behalten und ja, vielleicht sollte sich der Kongress darum mehr kümmern. Nun gut, mehr als nichts, aber auch nicht wirklich viel. Das Einzige, was man daran erkennen kann, ist, dass solche Fragen an Politiker in den USA mittlerweile nicht mehr tabuisiert sind und auch nicht einfach nur mit Lachen oder Verhöhnung quittiert werden. Übrigens gab es vor kurzem auch eine allgemeine UFO-Frage bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Hier war die Antwort deutlich enttäuschender. Der Pressesprecher machte zuerst einen lauen Scherz im Sinne von, dass die Wahrheit da draußen sei und wiederholte anschließend den Stehsatz des Pentagons, dass man keine Beweise für den Besuch außerirdischen Lebens gefunden hätte. Was überhaupt nicht die Frage war und was überhaupt nie die Frage ist. Denn es geht nicht um Beweise für Außerirdische, Sondern um Hinweise auf Aktivitäten irgendwelcher Unbekannter, irgendwelcher nichtmenschlicher Intelligenzen, egal woher sie kommen. Schade, dass sich die meisten Medien noch immer mit diesen Antworten abspeisen lassen. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Zeit im Sinne von mehr Offenlegung arbeitet. Apropos Zeit. Am Wochenende war eigentlich die Zeit für eine bedeutsame Deadline abgelaufen. Der Teil des Schumer Rounds Gesetzes, der im vorigen Jahr nämlich doch beschlossen wurde, hatte das Datum 20. Oktober eingebaut. Bis zu diesem Tag sollten alle amerikanischen Militär- und Geheimdienste sämtliche ihrer Akten und in Archiven verfügbaren UFO-Informationen über UFOs und UAPs an das National Archive übermitteln. Tatsächlich ist da ja auch schon einiges eingetrudelt, weshalb das Archiv vor ein paar Wochen ein Terabyte an Daten online gestellt hat. Wir haben berichtet. Allerdings wies vor allem der Anwalt und Aktivist Daniel Schieren immer wieder in Interviews darauf hin, dass das Gesetz insofern ein Schlupfloch bot, als der 20. Oktober als nicht völlig fix verankert war. Die Formulierung ging mehr in die Richtung, dass man alle Informationen möglichst bis zum 20. Oktober abliefern müsse. Dennoch wurde für diesen Zeitpunkt einiges erwartet. Vielleicht noch nicht für die Öffentlichkeit freigegebenes Material, aber zumindest vieles ans Archiv, das dann in der nächsten Zeit nach und nach deklassifiziert werden würde. Darum riefen Sheehan und sein New Paradigm Institute auch für diesen Tag den ersten internationalen Disclosure Day aus und kündigten einen zweistündigen prominent besetzten Livestream an, der dann auch stattfand. Allerdings leicht getrübt, denn wenige Tage davor wurde bekannt, dass das Nationalarchiv die Deadline für die Übermittlung der UFO-Daten verlängert hatte. Und zwar um fast ein Jahr, auf den 30. September 2025. In der Mitteilung zur Verlängerung heißt es zwar, dass ab sofort fortlaufend Daten übermittelt werden sollten, nicht alles auf einmal erst in einem Jahr, aber man kann davon ausgehen, dass die betroffenen Organisationen sich nun dennoch gerne mehr Zeit lassen werden. Es besteht zwar auch die rechtliche Frage, ob das Nationalarchiv diese Verlängerung überhaupt so einfach beschließen darf, schließlich war der Termin gesetzlich verankert, aber wer könnte es deswegen verklagen? Klingt wieder einmal nach einer erfolgreichen Störaktion der Verhinderer. Aufgeschoben ist dennoch nicht aufgehoben und es ist damit zu rechnen, dass tatsächlich in den nächsten Monaten immer wieder neue Informationen nicht nur übermittelt werden, sondern auch an die Öffentlichkeit kommen. Zum großen Jubeltag wurde der Disclosure Day so allerdings nicht. Was aber davon blieb, war der Livestream, den ich noch nicht vollständig gesehen habe, weshalb ich darüber auch noch nicht im Detail berichte. Mehr dazu vielleicht in einer späteren Sendung. Es gab darin allerdings einen Auftritt, den ich sehr wohl schon gesehen habe. Karl Nell, der bis auf seinen Vortrag bei der Soul Foundation 2023 und seinem Auftritt bei der SOLD Konferenz in New York bisher keine weiteren öffentlichen Äußerungen getätigt hatte, hielt im Livestream eine kurze Rede. In dieser betonte er noch einmal seine Überzeugung von der Existenz von außerirdischem Leben generell und auch konkret hier auf der Erde. Bis auf ein paar interessante physikalische Theorien, wie denn nun genauso ein Warp-Antrieb ferner Zivilisationen funktionieren könnte, bot seine Ansprache daher zwar nicht viel Neues, sie war allerdings eine wirklich präzise und großartige Zusammenfassung des aktuellen Stands der Enthüllung. Inklusive einer Auflistung vieler prominenter Persönlichkeiten bis hin zu US-Präsidenten, die das Phänomen bereits für real erklärt haben. Der Clip ist an verschiedenen Stellen etwa auf Twitter zu finden, Link in der Beschreibung. Nell kommt darin wieder einmal als jemand rüber, der aufgrund seines Backgrounds Dinge wissen muss und auch sagt, dass er sie weiß. So kann man jetzt zu seinem Zero Doubt Zitat über die Existenz nichtmenschlicher Intelligenz noch ein neues Zitat hinzufügen. I know that personally. Ich weiß das persönlich. Nicht schlecht. Und in Ermangelung eines greifbaren Beweises ist das immerhin etwas aus berufenem Mund. Mehr erfahren wir hoffentlich in den demnächst anstehenden Dokumentarfilmen und Kongressanhörungen. Oder ein Alien besucht in der nächsten Zeit Professor Simon Holland und er veröffentlicht ein gemeinsames Selfie. So, das wär's für diesmal. Wer mehr will, dem empfehle ich, sich auf den seriösen Ufo-Kanälen umzuschauen. Es gab in der letzten Zeit noch einige weitere interessante Interviews. Ansonsten wie immer meine Bitte, diesen Beitrag zu liken, zu kommentieren und zu verbreiten. Wer mag, kann auch Kanalmitglied werden, es gibt jetzt sogar eine neue Kategorie, oder mir etwas in meine Paypal Kaffeekasse werfen, oder den Kanal anders unterstützen, etwa durch Superthanks oder einen Einkauf in meinem kleinen, feinen Merchandise Store. Übrigens demnächst mit einem neuen zusätzlichen Design. Ich sage noch rechtzeitig Bescheid. Ich freue mich auch über Einladungen zu Vorträgen und Gesprächen. Es wird davon in der nächsten Zeit nämlich einige geben, zum Teil auch öffentliche, die ich dann hier natürlich rechtzeitig ankündigen werde. Außerdem kann ich hiermit bekannt geben, dass ich nächste Woche hier wahrscheinlich etwas Großes in eigener Sache bekannt geben werde. Also am besten den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen einschalten. Dann verpasst ihr nichts. Ansonsten immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal. bis zum